Und in Hamburg begrüße ich Hans von Storch vom Helmholtz-Zentrum Geest-Hacht. Guten Abend. Guten Abend. 1,5 Grad, 2 Grad, seit Jahren wird über Grenzen gestritten. Was ist denn Ihrer Einschätzung nach neu an dem heutigen Bericht? Neu an diesem Bericht ist, dass einmal durchdekliniert wird, was denn 1,5 Grad konkret bedeuten würde. Und nicht mehr so in allgemeinen Ausdrücken, sondern sehr spezifisch. Genauso wie wir eben die Vorstellung jetzt haben, wie 2 Grad aussehe oder wie 4 Grad aussehe. Das heißt, die ganze Sache wird doch dadurch deutlich konkreter. Na, dann nehmen wir doch mal Beispiele. Für manche Insel im Pazifik ist es schon zu spät. Wie spät ist es für die deutsche Küste? Wie spät ist es für Hamburg? Wie spät ist es für die Inseln in der Nordsee? Also ich selbst bin Föhringer. Also ich komme von einer Insel und ich bin da nicht besonders beruhigt. Es werden da gerne immer Bilder gezeigt, wo man sehen kann, wenn der Meeresspiegel so und so viel steigt, dann geht so und so viel von Deutschland unter. Das geschieht aber immer unter der Annahme, dass es keinen Küstenschutz gäbe. Den gibt es aber. Tatsächlich wird Emden nicht zweimal am Tag überflutet heutzutage, weil wir einen Küstenschutz haben. Das ist, glaube ich, nicht so ein besonders gutes Beispiel, wenn wir eben daran denken. Wir sollten dann eher doch daran denken, an Geschichten wie, dass es insgesamt wärmer wird, dass wir Stresszustände für Ökosysteme bekommen, dass wir Hitzewellen bekommen und ähnliches. Also Sie sagen, der Küstenschutz in Norddeutschland, der sichert auf jeden Fall das Land. Wir haben vorhin in der Pressekonferenz gehört, dass Deutschland sich auf das Neue konzentrieren würde, ohne sich vom Alten zu verabschieden. Gemeint war die Kohle. Wie schnell müsste man sich denn jetzt vom Alten verabschieden? Sie fragen mich hier jetzt ja als Klimaforscher und nicht als Politiker. Ja, dann antworten Sie doch als Klimaforscher. Ja, genau. Das werde ich jetzt noch tun. Ich möchte das nur mal vorneweg klären, dass es hier verschiedene Rollen gibt, die es zu spielen gibt. Wenn mich die Politik fragt, ich möchte nicht mehr als 1,5 Grad haben, dann kann ich ausrechnen, und das ist ja in diesem Bericht geschehen, wie in welchem Maße die Emissionen vermindert werden müssen und in welchem Maße negative Emissionen ab etwa 2050 installiert werden müssen weltweit. Das kann ich Ihnen sagen. Sie haben aber eine normative Frage gestellt, wie viel man machen müsste. Das kann ich als Wissenschaftler nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, was man tun muss, um ein Ziel zu erreichen, aber nicht, welches Ziel man haben soll. Okay, dann sagt der Politiker, bitte erreichen Sie das 1,5 Grad Ziel. Ja, wenn die das sagen, dann hat der Bericht jetzt an sich sehr schön durchbuchstabiert, welche Maßnahmen dazu führen könnten. Und dann muss letztendlich die Politik sich überlegen, wollen wir das denn so machen oder nicht, weil das natürlich mit einem erheblichen Aufwand einhergeht. Und das bedeutet auch, dass andere Themen vielleicht weniger Aufmerksamkeit kriegen als das, was wir jetzt haben. Als was vorgesehen ist nach diesem Klimaplan. Das sind ja politische Abwägungen. Und es ist ja nicht so, dass das Klima das einzige Problem ist, mit dem die Welt zu tun hat. Da gibt es ja noch ein paar andere. Und das ist die Aufgabe der Politik festzustellen, welches sind denn die Themen, die wir prioritär angehen, wie gehen wir sie an, wie balancieren wir das ganze Geschäft. Aber es kann nicht sein, dass die Wissenschaft sich hinstellt und sagt, Ihr Politik müsst dieses tun, gehorcht uns jetzt. Ihr dürft euch noch überlegen, wie ihr das im Einzelnen ausführt. Nein, die Politik ist am Ende der entscheidende Faktor. Und wir helfen der Politik, Dinge, Ziele zu erreichen, aber die Ziele formulieren. Das tun wir alle als Demokratie, als Politik. Ja, dann sprechen wir doch noch über uns alle. Was kann denn jeder Einzelne tun? Da bin ich ziemlich pessimistisch, denn wir müssen bei all diesen Sachen uns überlegen, um welche Mengen es geht. Es geht wirklich um gigantische Mengen. Also wenn Hamburg aufhören würde, von heute auf morgen gar nichts mehr zu imitieren, dann würde das kaum bemerkt werden. Das wäre also ein Tropfen auf den heißen Stein. Natürlich ist es gut, wenn wir, also wir müssen es hinkriegen, dass überall auf der Welt weniger emittiert wird. Und ich denke, da bitten sich insbesondere neue Technologien an, wie das eben auch vorher gesprochen worden war, dass wir das besondere Potenzial Deutschlands, innovativ und kreativ zu sein im technologischen Bereich, dass wir dieses umsetzen. Und da kann man natürlich schon mal sich überlegen, ob man vielleicht, damit in Südafrika nicht weitere Kohlekraftwerke gebaut werden, damit die Menschen abends Licht haben, dass man denen ein Kernkraftwerk schenkt oder 100 Windturbinen. Davon redet aber keiner. Sondern es redet nur davon, dass wir weniger emittieren sollten hier in Deutschland. Als abschließende Frage der Stand Ihrer Forschung heute. Wie viel Anteil am Klimawandel ist Ihrer Meinung nach Naturphänomen und wie viel ist menschliches Handeln? Es ist ganz überwiegend menschliches Handeln. Diese Frage ist tatsächlich unstrittig. Und wenn wir jetzt mal sagen würden, 80 Prozent ist menschliches Handeln. Ich bin auch bereit, Sie können auch 90 Prozent sagen oder 70. So genau kann ich es nicht sagen. Aber es ist absolut dominant. Und dieser Anteil nimmt in der Zukunft bei absehbar zunehmenden Emissionen immer weiter zu. Es sei denn, es gelingt eine tatsächliche Gegensteuerung durchaus im Sinne dieses Reports. Sagt der Wissenschaftler Hans von Storch. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte.